Würdest du dort jetzt anstellen, China oder so? Ich meine, das Zeug ist tief, oder? China ist tief. Lädst du die auch ein in deinem Portfolio? Ja, da habe ich jetzt angefangen, die ersten zu kaufen, ja. Jetzt zur Gretchenfrage natürlich, wie geht es hier weiter? Die vergangenen Wochen war ja an der Börse wieder mächtig viel los, Ramon. Ja, wir haben grosse Bewegungen gesehen, mit verschiedenen Aktien. Ah, mit verschiedenen Aktien? Ja, Technologie war natürlich wieder ein Thema, Nvidia, alle haben darauf gewartet. Da kommen wir, glaube ich, dann später noch darauf zu sprechen. Was war denn sonst? Und in der Schweiz hatten wir Temenos, mit diesem Report von Hindenburg, Short Seller. Das ist der Hedgefonds, der immer Short spekuliert und auch, glaube ich, in Deutschland schon Wirecard ausgelöst hat. So ist es. Und darum hat er relativ hohe Glaubwürdigkeit und reagiert dann mit 30, 35 Prozent. Weil der gesagt hat, da ist ein Problem. Genau. Firma sagt aber, ist nicht so. Okay, das ist spannend. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. War denn sonst noch was? Ja, ich meine, nachher sicher von den Märkten her China sehr stark, Japan stark, 10 Prozent hoch. In China, da hatten wir jetzt auch Regierungskäufe gesehen in den Fonds. Das hat sicher geholfen. Und ja, der Markt hat auch sehr viel verloren vorher. Würdest du dort jetzt einsteigen, China oder so? Ich meine, das Zeug ist tief, oder? China ist tief. Ich muss sagen, ist halt einfach weiterhin immer noch nicht für mich so richtig investierbar. Aber, ich meine, von der Bewertung her ist sicher China viel günstiger wie alles andere. Und mich würde vor allem von den Zuschauern mal interessieren, was habt ihr gemacht? Womit habt ihr Geld verdient über die letzte Zeit? Schreibt es unten rein in die Kommentarspalte. Gut, was mir aufgefallen ist, wir sehen es hier in dieser Grafik, dass die Spitze an der Börse extrem dünn ist. Wir haben diese grossen 7, 8, 9 Firmen, die den Kahn nach oben ziehen, eine riesige Marktkapitalisierung haben. Aber das Gross an der Börse, da geschieht gar nicht so viel. Das ist so, ja. Und ich meine, man sieht es auf der Grafik, meist, wenn es dann so hoch ging, war dann irgendwann mal Schluss. Wir wissen nicht, wie lange es dauert. Aber das Ganze könnte natürlich wirklich zu einem Problem werden, weil eben mit diesem Mechanismus, dass man von grossen Aktien immer noch mehr kaufen muss… Ein Rückkopplungseffekt, ja. Ja, weil sonst ist man dann untergewichtet, wird dann die Gewichtung am Schluss auch immer grösser. Und falls da was Negatives kommt, könnte das alles zu einem Problem werden für den ganzen Aktienmarkt. Also was wir da in der Grafik sehen, 1928 hatten wir schon mal so eine Situation. Und dann 1999, aber 1987 ist ja da nicht drauf, da gab es auch einen Crash, oder? Da hatten wir offenbar diese Situation nicht, sogar im Gegenteil. Und ja, jetzt haben wir wieder so eine akzentuierte Situation. Das ist so, ja. Aber vielleicht interessant, 1987, da war ja das ganze Defizit das Problem der Auslöser des Crashs. Und ich meine, du hast ja ein Interview geführt und würde mich jetzt interessieren, was er im Interview sagt zu der ganzen Verschuldung. Genau. Ich habe vor unserem Gespräch hier mit unserem Wirtschaftsökonomen Diego Fasnacht in Panama gesprochen. Und Diego, die Wirtschaftsaussichten insgesamt trüben sich ein, aber die Börse scheint das überhaupt nicht zu interessieren. Wie erklärst du dir das? Die USA sind bisher nicht in der Rezession. Der Grund ist aus meiner Sicht eine fiskalische Eskalation. Die USA haben sich im vergangenen Jahr so hoch verschuldet wie nie in den letzten 60 Jahren außerhalb von einer Rezession. Das hat natürlich zu einer Expansion der Wirtschaft geführt. Und die Expansion der Wirtschaft hat dazu beigetragen, dass die Arbeitszeit höhere Risikoaufschläge kommen meistens ja dann zustande, wenn es einen starken Anstieg bei der Arbeitslosigkeit gibt. All das hat nicht stattgefunden. Deshalb sind die Risikoaufschläge noch nicht auf die Aktien übergegangen. Aktien sind hoch bewertet. Dazu kommt natürlich eine gewisse Euphorie rund um das Thema künstliche Intelligenz. Wie hoch könnte die Spannung denn noch werden und wo siehst du die Risslinie? Ja, in der Ökonomie sagt man, there is no such thing as a free lunch. Und um ehrlich zu sein, das kann nicht gut gehen. Man kann sich nicht einfach verschulden und dann erwarten, dass das keine Folgen hat. Entweder finanziert die Zentralbank das, dann gibt es Inflation oder es wirkt auf das reale Wirtschaftswachstum über die Zeit. Die höheren Zinsen wirken auf die Wirtschaft und das kann die Bruchstelle vergrößern. Wann tritt die Bruchstelle ein? Ja, da bin ich dann, wenn es zu Refinanzierung kommt, wenn das Zinsniveau wirklich einschlägt. Ich denke, der Zeitpunkt könnte nicht in weiter Ferne sein. Ja, also Diego hat es gesagt, es läuft einfach weiter und weiter und die Spannung wird größeres Problem auch. Ja, ich meine, die Verschuldung, man kann Geld drucken, man kann mit dem gedruckten Geld was bauen, was kaufen, aber irgendwo sollte das wieder mal zurückbezahlt werden. Das ist eigentlich Wachstum hier auf Kredit und in die Zukunft eigentlich projiziert, ja. Richtig, machen wir ja schon seit 20, 30 Jahren, aber dieses Mal speziell ist natürlich, Wirtschaft wächst gut und wir machen trotzdem noch grössere Verschuldungen, also die USA vor allem. Ja, da sollte man eigentlich eher die Schulden abbauen, aber das geschieht nicht und das kommt am Ende nicht gut raus. Aber lass uns doch mal jetzt NVIDIA anschauen. Ja, NVIDIA ist wirklich unglaublich, wir sehen den Chart, es ging ja da wirklich hoch, hoch und nochmals hoch. Aber eben, wir haben es am Anfang ein bisschen angetönt, vor den Zahlen ging die Aktie dann doch 11 Prozent runter. Es war Nervosität da. Lass uns die Situation noch im Detail anschauen. Zuerst hier ja so die Fünfjahresübersicht, also was man da auch sieht, es steigt schon das Ganze. Aber wir hatten hier auch eine Phase 2021, da wurde ja auch schon ziemlich hier eigentlich Euphorie rein projiziert. Ich weiss nicht mehr genau, was es da war. Und dann hat sich die Aktie getribbelt. Also zuerst mal nur noch auf 30 Prozent und jetzt geht es wieder nach oben. Denkst du, es kommt wieder sowas? Ja, das ist die grosse Frage. Es kann sicher nach so einem Anstieg einen Rücksetzer geben, der gross ist. Für den Moment natürlich muss man sagen, die Firma verdient sehr, sehr viel Geld. Ich meine, die machen 60 Milliarden Umsatz, verdienen 30 Milliarden. Ich meine, das ist eine Marge, da träumen alle davon. Ja, das würden wir das auch erwähnen. Und darum natürlich auch die hohe Bewertung der Aktie. Und es wird natürlich erwartet, dass das über die nächsten Jahre so weitergeht. Und wenn man das weiter ausrechnet, dann ist die Aktie dann gar nicht so teuer. Es ist aber doch schon ein wenig so, dass natürlich alle gemerkt haben, wenn du irgendeine Software, die es auch schon vor fünf Jahren gegeben hattest, jetzt irgendwie mit dem Zusatz AI oder KI rauslässt, dann kannst du doppelt so viel verlangen. Und dann baust du halt noch irgendeinen Videochip ein. Aber am Schluss ist ja auch entscheidend, ob da wirklich was rausschaut. Und da hört man ja jetzt schon verschiedene Stimmen, die sagen, ja, so gut klappt das alles gar nicht. Ja, das wird dann später sicher mal rauskommen, ob es dann so gut ist, wie wir jetzt das Ganze hypen. Aber Fact ist einfach, die Aktien für den Moment steigen und haben immer noch relativ grosses Momentum. Also interessant war ja vergangene Woche dieser Kursrückgang. Bei zehn Prozent am Aktienmarkt spricht man traditionellerweise, also früher war das mal so, bis die Aktien jetzt wirklich volatil geworden sind, aber hier elf Prozent innerhalb von zwei Tagen. Also das wäre jetzt beim Dow Jones so ein Crash gewesen. Richtig, aber es ist natürlich eine einzelne Aktie. Aber was man hier nicht vergessen darf, ich meine, die Aktie hat eine extrem hohe Bewertung. Also die ist wirklich 2.000 Milliarden schwer. Und das heisst, wenn die zehn Prozent verliert, sind das 200 Milliarden. Und 200 Milliarden sind mehr als die Schweiz Schulden hat. Jetzt zur Gretchenfrage natürlich, wie geht es hier weiter? Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiss es nicht. Ich würde sagen, vielleicht noch ein bisschen höher. Nachher denke ich, müsste es mindestens mal sich beruhigen. Vielleicht, wenn da wieder mal ein bisschen negative Stimmen aufkommen, dann kann es hier halt auch schnell mal wieder zehn Prozent runtergehen. Ich meine, ist ja gegenüber dem, was gestiegen ist, nicht viel. Also ich persönlich glaube, dass es nicht mehr ganz so lange dauern wird bei NVIDIA. Mich würde noch deine Meinung dazu interessieren. Was denkst du, wohin geht der noch und wie tief wird der eins dann fallen? Was sagst du zu Temenos? Ja, unglaublich zusammengestaucht worden. Man sieht es hier im Bild. Aber typisch für eine Aktie, die vorher hochgeheupt wurde, geht von 60 auf 67 innerhalb von drei Monaten hoch. Und jeder muss sie dann haben, weil es aussieht wie ein Freelunch. Und dann merkt man auf einmal, was man getan hat und schnappt die Mausefahl zu. Und dann sieht es so aus. Ja, da kam eben dieser Hindenburg-Report, der die Firma wirklich anschuldigt, dass die da Umsätze gefakt haben. Und die haben eben Wirecard angegriffen, auch andere Firmen. Bei den meisten war nichts. Und auch hier ist dann die Frage, ob da wirklich was dahinter ist oder ob das wirklich nur ein Report und Aktie runter und günstig einsteigen und dann ist dann wieder gut. Das werden wir sehen. Also das heisst, du kaufst jetzt Temenos? Nein, ich mache noch gar nichts, weil ich denke, das ist, wenn da wirklich was Negatives ist. Also wir haben Wirecard gesehen, da war dann bei unter einem Franken Schluss. Darum würde ich mal abwarten, aber dieser Report wird dann schon entscheidend sein. Wir haben bei Invest.ch ja an dem Tag, wo es runterging, auch eine Studie dazu veröffentlicht. Und da sagen wir auch, dass es nochmal so ein Treppchen tiefer gehen wird. Wir haben jetzt eine Konsolidierung, aber das Ganze ist eben noch nicht sauber. Und ja, kann man nachlesen über den Link, den wir unten am Video angehängt haben. Ja, dann gehen wir weiter und schauen uns noch den Roche an. Ja, auch so etwas, was den Leuten im Augenblick zur Sorge bereitet. NVIDIA geht hoch und alles andere, was irgendwie mit KI, aber die haben eigentlich ganz normale Medikamente, die funktionieren. Ja, aber eben, wie man sieht, Aktie geht halt einfach tendenziell runter. Und ich denke, ich höre viele Leute, die Fragen haben, was ist mit Roche los, was ist mit Nestle los, unsere Schweizer Blue Chips. Ich frage mich auch, verlieren die wirklich vielleicht diesen Status als Safe Heaven? Oder sind wir jetzt dann da wieder an einem Punkt, wo die gegenüber den KI-Aktien so günstig werden, dass man dann bald mal switchen muss? Also, was man ja auch dazu sagen muss, das Währungsthema haben wir hier ja schon vor ein paar Monaten aufgegriffen. Kann man auch über den Link nachlesen dann nochmals, wenn man sich dafür interessiert. Die Währungen haben schon grossen Einfluss auf die Kursbildung. Und das wirkt halt hier jetzt einfach belastend auf Roche, während es auf eine US-Firma natürlich tendenziell positiv wirkt. Das ist sicher so. Aber ich meine, der ganze Sektor, ob Pharma oder Food, ist einfach nicht in. Und dann hat es einfach nicht irgendwo ein Momentum, dass die Leute jetzt kaufen wollen. Ja, wenn du jetzt investieren willst, gehst du halt einfach der Opportunität nach und dann eben, man hat es vorher gesehen, NVIDIA und so weiter. Richtig. Aber auf der anderen Seite, hier kommen wir jetzt schon. Wir haben es schon mal angeschaut und ich meine, die Aktie hat jetzt auch innerhalb von, ich weiss nicht, drei Monaten vielleicht nochmals fünf Prozent verloren. Also, das Momentum nach unten nimmt schon ab. Ja, und deshalb bilden sich auch so diese Strukturen hier aus. Wir haben auch im Dezember schon darüber gesprochen, so diese Falling Wedges. Immer wenn so ein Trend noch anhält und dann halt einfach ausläuft, dann gibt es immer diese Strukturen. Und wir schauen uns hier ja an, was in Zukunft in etwa geschehen wird. Voraussagen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft dann betreffen. Und wir berichten ja nicht über die Vergangenheit, das muss man auch sagen. Aber eigentlich muss man sagen, der grosse Kursrutsch ist vorbei und hier überwiegen meiner Meinung nach jetzt einfach die Chancen. Aber geschieht jetzt noch nicht das Gegenteil davon, ja. Das ist so. Aber eben, ich meine, hier sieht man auch, es gibt dann Rebounds und man kann dann versuchen, tief zu kaufen, im Rebound nochmal was zu geben. Ja, genau. Das geht auch auch. Wie hier zum Beispiel jetzt eben im Dezember. Da sind wir dann Ende Dezember auch schon wieder da gewesen, obwohl die Aktien fällt, wo wir im März gewesen waren, schon. Also es kommt immer so ein bisschen auf das kurzfristige Moment halt an. Ja, einfach Countertrend kaufen. Lädst du die auch ein in deinem Portfolio? Ja, da habe ich jetzt angefangen, die ersten zu kaufen, ja. Schön, finde ich gut auch, ja. Nestle? Ja, Nestle scheint noch ein bisschen weniger weit zu sein, in meinen Augen. Also die fällt auch. Und ich meine, da sieht man halt einfach trotz allem das Problem, dass scheinbar die Produkte von Nestle Premium ein bisschen teuer geworden sind für gewisse Leute. Und die Leute ja dieses Downtrading machen. Die kaufen dann halt nicht mehr ein Markenprodukt, sondern etwas Günstigers. Und das hat sich einfach auf die Zahlen niedergeschlagen. Und die Umsätze, die sind dann nur noch knapp gestiegen. Mhm. Und ich meine, man sieht den ganzen Funksektor, der ein bisschen Probleme hat. Gibt auch andere. Wir haben ja Aritz da schon häufig angeschaut. Und die machen halt einfach Brot. Und Brot muss man oder will man essen. Und dort gehen die Preise nicht runter. Und ich bin jetzt sehr gespannt, die kommen am 4. März mit Zahlen, ob die wirklich gegenüber den Grossen weiter zeigen können, dass sie besser sind. Da bist du ja auch richtig Fan davon. Aritz, da bin ich richtig Fan davon. Und ich bin da sehr positiv auf die Zahlen vom 4. März. Aber jetzt das Sorgenkind Nestle. Was machen wir damit? Da warten wir noch ab. Ich glaube, wir sehen auch hier, langsam kommt eine Falling-Vedge. Aber ich habe das Gefühl, es ist noch zu früh, um da wirklich einzusteigen. Wir sehen jetzt noch diesen, wie du sagst, Rückkopplungseffekt. Jetzt kommt ein Broker, die die Aktie downgraden. Ja. Das dauert einfach. Ja, ja. Haben zugeschaut, irgendwie zwei Jahre lang, wie sie fällt, weil sie vorher positiv waren. Jetzt kriegt man so langsam die Opportunität, um die Seite zu wechseln. Jetzt muss halt dieser Prozess einfach noch ablaufen. Genau. Das dauert meist noch Wochen, vielleicht Monate. Ja, ja. Aber insgesamt auch hier. Eigentlich kann man kaufen. An schlechten Tagen muss man aber nicht nachlaufen nach oben oder so. Siehst du das auch so? Das sehe ich absolut so. Und ich meine, dauert jetzt sicher noch ein bisschen. Das wäre es auch schon mit diesem Börsen-Espresso. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und vielleicht möchtest du auch noch ein Abo dalassen, damit du in Zukunft nichts mehr verpasst. Ich wünsche dir eine gute Gesundheit und viel Erfolg an der Börse.